Mann in Einkaufszentrum mit Messer attackiert In einem Grazer Einkaufszentrum kam es am Freitagnachmittag zu einer Messerattacke. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, ereignete sich in einem Einkaufszentrum in Graz am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, wobei einer davon mit einem Messer auf die andere Person losging. Offenbar eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einem Restaurant. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten ein 61-jähriger Iraker und ein 24-jähriger Österreicher in eine verbale Auseinandersetzung, welcher dann aber physisch eskalierte. So schnappte sich der 61-Jährige ein Buttermesser und ging mit kraftvollen Hieben auf den 24-Jährigen los. Sofort wurde von den Gästen die Polizei alarmiert und mehrere Streifen, inklusive der Sondereinheit SIG, schnelle Interventionsgruppe des SRK Steiermark, welche speziell für diese Art von Gefahrensituationen ausgebildet ist, sicherten ihre Zufahrt zu. Beim Eintreffen der Streifen wurden beide Personen von den Polizisten angetroffen und die Situation konnte dank des herzhaften Einschreitens der Beamten unter Kontrolle gebracht werden. Obgleich der Attacke mit dem Messer, hatten beide Personen nur leichte Verletzungen im Gesicht. Glück hatte wohl der 24-Jährige, welchen wohl die abgerundeten Kanten des Buttermessers vor schlimmeren Verletzungen bewahrt haben. Die Personen wurden von den Polizisten in die nächste Polizeidienststelle gebracht.